hallo und herzlich willkommen zu einem langes ist her mal wieder video auf meinem account und wir spielen heute mal den ein der drei neuen modus modus aus fortnite und zwar rocket racing zusammen mit krexi hallo hallo richtig laut wir hatten ja schon mal gezockt aber ich dachte mir ich mache jetzt auch mal ein video dazu weil ich sonst immer nur live bin so ich hoffe ich habe von von gestern bis heute nichts verlernt ich hoffe ich habe es verlernt wir müssen goldrang erwischen glaube nicht ich darf diese abkürzung nicht nutzen die haut einen so weg so Welcher Platz bist du? Sechster? Stabil. Du? Alter, hört auf mich rumzuschuppen hier. Mit degenerierten Säcke. Mit X und dann 4-Eck, ne? Ja, X und dann 4-Eck nach oben. Mit Joystick nach oben, oder wie? Ja. 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 Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ich weiß aber nicht, ob ich das so lange bleibe. ich bin ich kann mir das mal einer verraten wie das jetzt funktioniert ich war eben erster und dann zweiter bin als zweiter ins ziel bin aber vierter ich drücke immer genau dann von grün kommt das ist aber falsch ich hatte jetzt 80 prozentigen ja ich hatte nur 26 obwohl ich genau gedrückt hatte als grün kam deswegen verstehe ich das immer noch nicht ganz verpisst euch was verpisst euch hier das gibt es doch nicht keine ahnung sammer leute man kann auch mal aufhören so doll kuscheln zu wollen die leute wollen kuscheln ja das will ich aber nicht ich möchte auch abstand corona korona ist immer noch das problem ist nur es ist gerade halt nicht so hart die warten einfach wieder bis es brauchen und dann setzen sie es wieder frei aber das ist ein schöner booster ja last round finisher ist das englisch das spiel nein das war das was denn der typ hier vor mir alter die 1 gerade der hat ja sonst was gemacht genau ihr ihr auch sie sie ja sie jetzt und sie 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 fast der typ hat mich ganz knapp überholt noch fast wäre ich auf dem ersten gewesen fast aber der mich kurz vorm ziel überholt jungen 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 probieren 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 90 boost aber da war wieder einer form ja ich glaube ich sollte echt öfters die rennen machen weil ich habe gerade 35.000 xp bekommen 35.000 für was weil sie ja nicht alle siebter junge achter junge neunter junge äh das gibt es nicht diese hundescheiße hier hat sich wieder einer weggekriegt nee ich bin rausgeflogen wegen meinem boost ist eine rotze ist das manchmal ganz ehrlich eine rotze sonders sondergleichen jetzt bin ich wieder neunter ich war eben fünfter hört auf mich rum zu schubsen ihr verdammten alter die runde ist ganz schlimm da werde ich gleich richtig toxic ist so macht euch ab jetzt hier ich bin sechster geworden ja das ich habe ja gerade auch ich war auf dem zehnten platz und bin jetzt auf dem sechsten vorgerust nochmal mit dem boost dann verabschiede ich mich mal für diese folge wir sehen uns bei der nächsten folge oder live stream wieder macht's gut ciao bis zum nächsten mal tschüss 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 Das war's.